Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Resident Evil Village. Ich muss dringend eine Pause machen, aber ich will den erst erledigen, diesen Drecksack. Aber wir sollten jetzt wieder... ...Mission haben ohne Ende. Das ist echt ne harte Nuss. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Kannst du nicht mal... ...weißt du ja, was wir machen? Wir gehen nochmal kurz zurück zum Duke. Und wir kaufen noch was. Wir haben genug Kohle. Aber gerne. So. Ich weiß nicht, wie viele Minen wir kaufen können. Freust du dich drauf, es auszutesten? Aha! Okay, so. Die hätten wir schon mal. Gerne. Noch etwas? Ist egal, komm. Gib mir das einfach. Bin ich wurscht. So. Was haben wir hier? Erweiterte Trommel. Nein, nein. Ich würde ja lieber noch Munition kaufen. 4.500. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ist egal, komm. Wir haben die Kohle. Boah. 15 Schuss für 15 Schuss. Eine interessante Wahl. So. Okay. Danke für das... So, jetzt muss ich ja mal kurz sortieren. Wartet kurz. Jetzt klicken wir hier unten hin. Einfach, damit ich einen Überblick habe, was ich alles habe. So. So. Hier packen wir dein. Die dein und die dein. Ah, na, warte mal. Wir packen das hier oben hin, damit ich das nicht suchen muss. So. An der Treue! Dann laden wir die nach. Die ist ja nachgeladen, aber mal gucken. Mal kurz gucken. Was für Munition nimmt die denn? Das habe ich gar nicht gesehen. Ach, das ist eine Flinte. Ich check jetzt auch gerade mal. Also ein, ähm, ein Gewehr halt. Okay, deswegen hatte ich, ähm, für die... Du wenig. So, ähm. Dann packen wir den da unten hin. Ach, das sehe ich ja jetzt hier. So, wartet mal ganz kurz. Ach, ich habe die jetzt voll gemacht, ne? Verdammt, ich habe gedacht, das wäre... Okay, gut. Auf geht nicht so schlimm. Wir machen das hier. So. Okay, du Idiot. Ähm. Wir blenden den Penner erst. Verdammt, mach mal. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Guck mal, komm mal an dir vorbei. Nee. Komm, wir nicht. Verdammt. So. Wir müssen ja jetzt, was wir tun müssen. Deshalb muss der uns hier ein bisschen Platz machen. Wo ist er hin? Da gehen wir nicht hin. Hier macht's auch Aua. Da lag irgendwas. So, wartet. Okay. Wir sind ja jetzt los. Wir sind ja jetzt veterin bureau. Okay. Wir sind ja classe. Oh, wie geht es da? Wir sind ja schon. Wir sind ja wirklich hart dran. So. Wir sind uns ja da. So, wir machen jetzt hier überall Minen hin. Ja, vielleicht nicht unbedingt. Okay. Okay, Schiss. Da habe ich noch ein bisschen Zeit hier. Ach, warte mal, wir werfen die mal, gucken wir mal, was passiert. Oh, er macht's aus Feuer. Ja. Ich habe nur gerade gesehen, dass ich hier wieder, ich weiß nicht, den Knopf gedrückt habe. Den ich nicht drücken wollte. Nein! Das Feuer zu laufen. Bis nie wieder. Oh, der ist. Nacht. Wir gucken gerade, ob hier noch irgendwas liegt, hier hinten irgendwo. Wir sollten das immer machen. Hätte er jetzt genug Kohle, ich hab mich jetzt... Wie sieht's mit meinem Leben aus? Wir haben's doch! Okay, wir haben den Penner. Die Miene da oben, die dann da haben wir, ne? Es lag hier aber nichts mehr, ne? Gott. Balam, 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 balam. Balam, 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 balam. Zigarre? Ach so, das ist so ein Teil von... Und so ein Schatz halt von... Sie fühlt sich feucht an. Ja, von, ähm, wie heißt der? Idiot. Miranda ist einfach widerlich. Ihre Falschheit kennt keine Grenzen. Für sie sind wir nichts als ein paar missglückte Cadou-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas... Ja, da hatten wir ja schon mal was über Alcina gehört. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meiner Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf. Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihr nennen. Lassen. Was für ein Witz. Ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Das kranke Missstück hat sie doch nicht alle, mein Gott. Sie sieht keinen Unterschied mehr zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat mir meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Aber, so gestört sie auch sein mag, sie ist stark. Dank des Megamyceten kann sie jede Gestalt annehmen. Meine einzige Chance ist dieses Bulk, Rose. Blag, Blach. Bulk, Blach, kann man doch nicht egal, ne? Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht... Wo wir schon dabei sind. Ihr Vater, Ethan, hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Ja. Ja. Nein, ich wollte eigentlich aufstehen. Ah. Okay, hier geht's nicht durch. Das ist einfach nur so ein Geheimgang, wo dann halt diese Dinge zu finden ist. Äh. Nein. Oh, drückt ja den Knopf hier. Äh, nimmst du das jetzt mal bitte? Hallo? Hm? Ach so. Falsche Knopf gedrückt. Sorry. Bin noch ein bisschen nervös. Ach so, das war das Buch. Ja, und, äh, nur Knöpfchen drücken. Durch die Tür gehen wahrscheinlich. Ich hab keinen Bock mehr, ob Bosskämpfe. Es reicht mir jetzt langsam. Iceberg. Hm? Was hältst du davon, wenn du einfach aufgibst? Oh, das gefällt mir nicht. Leute. Ja, irgendwas ist wieder hier. Ethan warnt mich mal wieder. Was hat er denn jetzt schon wieder gesehen? Oh. 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 Wartet mal kurz. Hier würde das aus der Ferne angehen. Ach, nur Licht. Da komm ich nirgends mal hin, ne? Guck da oben. Ach, das wär ja nix für mich. Hallo? Hallo? Da. Untersuchen. Ja, da wird sich Risse. Erst umgucken. Ich bin auf jeden Fall wieder oben. Oben auf. Vielleicht nicht, aber oben. Die ganzen Aken. Oh, Gewitter. Okay, hier haben wir nix. Ich hätte auch direkt auf die Karte gucken können. Oh, versteck dich lieber, oder? Ja, gut, zu spät. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Winters. Du bist hartnäckig. Aber meine Rebellion wartet. Und du bist mir im Willen. Ja, das... Na, aber... Braucht du schießen? Das ist meine Munition. Bestehaut, Winters. Bestehaut! Bestehaut! Stehaut! Caart! Bastard! Das ist doch ein Witz! Ja. Definitiv. Aber ich höre niemanden lachen. Hörst du jemanden lachen? Schon wieder so ein Ding? Oh mein Gott. Ich hab... Schrottplatz. Ich hab die Schnauze voll! Oh scheiße. Was ist eigentlich mit diesen Efen? Obwohl ich schon die ganze... Gesackt. Ich hatte dich gewarnt, Ethan! Halt dich raus! Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard! Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Das war Miranda. Was? Sie ist eine Biowaffe. Hat ihre Form verändert und ihr Mia vorgespielt. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bringe das zu Ende. Bullshit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen! Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen! Ich bin weit gekommen. Warum wir, Chris? Was läuft hier eigentlich? Okay, Ethan. Schon gut. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Ja? Gib mal den Schlüssel. Welchen? Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz. Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann ihn nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Die haben meine Männer mir vorhin geschickt. Meander. Sind noch mehr. Rose. Scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich. Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsitze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Wir holen deine Tochter da raus, versprochen. Zusammen. Das ist aber, lass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay, dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Kein zurück mehr. Wo ist er jetzt hingegangen? Ähm, Eisen. Ich brauche mal Taschenlampe. Oder doch nicht. Okay, wir gucken uns erst hier um. Da ist ja noch ein Computer. Da wird wahrscheinlich irgendwas stehen. So, wo ist denn Mia? Ist Mia tot? Dann. Houndwolf Squad. Durchsuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise für Verbindungen mit der Organisation. Ich habe noch nichts getrunken heute. War wohl nicht unser Glückstag. Ich habe ein paar Dokumente mit Informationen über Mirandas Experimente gefunden, die unsere Vermutung bestätigen. Sie scheint sich selbst mit dem Mutermycet infiziert zu haben, was ihr eine Reihe von Fähigkeiten gab. Darunter Mimikry. Mimikry? Cry? Sie können also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalt annehmen, sei es jemand oder etwas. Sie hat sich als Mia ausgegeben und ist in Ethans Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig die Entführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leichter, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Mit unserem Angriff hatte sie wohl nicht gerechnet, deshalb mussten sie ihren Tod vortäuschen. Musste sie ihren Tod? Später im Transporte hat sie sich selbst wiederbelebt. Eine Mitfahrende getötet und ist damit Rose verschwunden. Ah, okay. Das haben wir gesehen. Für sie lief es nicht ganz wie geplant, aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Doch damit ist jetzt Schluss. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich, aber ich habe hier etwas gefunden, das Mia nutzen könnte. Ein Kampfverzeug, das aus einem Metall-Polymer-Verbund zu bestehen scheint. Und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Alpha. Okay, also wir waren die ganze Zeit mit Miranda in unserem Haus. Wo ist Mia? Sie muss ja das Kind geboren haben, weil das Kind ist ja noch nicht so alt. Es ist ja sechs Monate alt. Das in Louisiana war drei Jahre her. Es sind anderthalb Jahre, circa weniger, wo halt das, ähm, da kann ich nicht drauf drücken. Ja, die da dazwischen hängen. Oder hat er mit Miranda schon irgendwie eklig. So, ähm, hier können wir nicht so machen. Wir müssen wahrscheinlich das Fahrzeug mitnehmen, wa? Okay, ähm, dann mal auf zum vorletzten, letzten Kampf. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt? Metall-Polymer-Verbund? Na, Hauptsache es schießt. Ich komme, Rose. Ah, okay, geht da rein. Äh, geht da rein um. Zielen. Ich kann auch blocken. Cool. Ich muss jetzt gegen Heisenberg her. Schützer-Feuer. Aber wie benutze ich das Ding in da? Oh, Scheiße. Ja. Ah. Okay, cool. Du Gottverdammte kleine Kakaulake! Du glaubst, du bist mir gewachsen? Gut, dann bin ich wenigstens in Schwung für das Miststück. Lass uns das klären. Die echten Männer. Deine Leiche wird sich gut in meiner Armee machen. Stirb uns. Das hat wehgetan. Ohne Scheiße. Hast du Spaß? Ja, hör auf damit. Schieß nur. Oh. Hey, du Drecksaus. Du musst dir schon was Besseres überlegen. Au. Oh, nicht aufgeben. Das ist mein Arsch. Ja. Genau. Ich will mehr. Ja, Scheiße. Den Armer hast du denn? Armer Junge, das Ding hatte ich längst verschrauben. Verneige dich vor einem Stahlkörper. Warum bin ich diesen verfluchten Weibwoll-Darmström? Ich töte sie mit der Macht, die sie mir ergibt! Ein Sohn, der im Hut gestimmt! Okay, noch zwei Arme. Einmal in deine Fresse da. Die Zeit für Spiele ist vorbei! Oh, was ist das? Nimm dich wohl für besonders schlau! Oh, da war sein Gesicht ein echter ekeler. Oh, oh! Das Ding ist umgekehrt! Nein! Nein! Meine Metallarmee! Ich bring diesen verdammten Wichster um! Aber erst zu dir! Oh, oh! Was ist das denn hier? Was ist da? Wo bist du? Beeindruckt! Nee, bin ich nicht! Jetzt wird Fernstehen! Letzte Runde! Dein Gesicht! Tja, was denkst du? Aufsichtlos! Hab ich recht? Wie auch! Ein einfacher Mensch wird nie gegen mich gewinnen! Das ist nicht David gegen Goliath! Das ist Ethan gegen die Apokalyze! Oh! Was finden wir denn jetzt? Wieso rennen wir hier? Zu schade, ich bin dein einziger Fan! Ah, guck mal hier. Wartet mal ganz kurz! Warten! Warte! 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 Ich hänge auch einmal am Leben! Deswegen machen wir hier nochmal was von... Der scheint ganz... Nicht so wirklich... Der ist nicht so beängstigend wie... Du hast es nicht gehört! Mehr! Gib mir mehr! Gib mir mehr! Um... Was ist mit dem? Wobisch, oder? Auf Nummer wiedersehen, Ethan Winters! Du hättest meinen Deal annehmen sollen! Du siehst Rose in der Relle wieder! Muss das so sein? Jetzt will ich mir ran, und dann gehört Rose nach mir! Nein! Nein! Es ist noch nicht vorbei! Weil ich muss sie töten! Danke Capcom, dass nach... Moment. Ethan, was ist passiert? Da waren Explosionen. Pfeisenberg sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Mia! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, ha? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Hahahaha! Ah, Miranda! Genug! Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein! Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Ja! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamycid vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins! Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus! Und zeig dich! Du feige Stück Scheiße! Keine Sorge, Evelyn. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamycid wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein. Und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbundenem Blut. Ich musste lange warten. Aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wie weit ist es? But zum nächsten Mal.